Oh, Gott sei Dank. Verfehlt ist immer gut. Verfehlt ist immer ein sehr gutes Zeichen. So, zieht tausend Stachel. Bap. Na komm. Attacke. Voll rauf. Der andere ist auch fast tot. Geil. Der darf aber nochmal. Na gut, das macht jetzt aber nicht so viel, weil er ist sowieso tot. Oh süß. Good job. Yay. Schöne Level-Ups. Hier riechst du halt, das braucht auch keiner. Und ich weiß, dieses Handy und sowas hätte man alles fangen können, aber komm, was sollen wir mit noch einer Handy? Er wird ja anstrengend dann irgendwann. So, dich wollte ich. Und zwar wollte ich das hier. So. Zauberpot. Zauberpot könnten wir eigentlich auch nochmal gucken. Weiß ich auch nichts, was er noch kann. Magieabwehr. Was haben wir hier hinten? Stärke. Böser Blick. TP plus. Konter. Gehen wir erstmal hier hinten auf Stärke. Fügt einem Gegner für sich den Starten zu? Ja, nö. Alles andere ist eigentlich irrelevant. So, da war ich jetzt drin. Wir gucken natürlich mit dem Luftschiff, gucken wir uns da natürlich noch ein bisschen weiter um. Das geht noch tiefer. Alter, da hinten. Die ist doch, alter, die ist richtig weit weg. Da muss ich auch erstmal drauf kommen. Meins. Keine Sandwürmer. Bitte keine Sandwürmer. Sandys. Oder den kleinen müssen wir aber fangen. Weil das wird, glaube ich, eine Shiva. Wenn ich mich nicht irre. Die müssen wir fangen. Die müssen wir fangen. Schneeflöckchen wird nämlich, glaube ich, zu Shiva. Oh, Mann. Schlag mir doch einfach gleich ins Gesicht. Ganz ehrlich. Schlag mir doch einfach ins Gesicht. Da hast du sowieso, glaube ich, Eisattacken, wa? Ja. Wenn das mal nicht eine Shiva wird, dann weiß ich auch nicht. Alter, lass dein... Kitzel mich nicht. Bam. So. Wir haben Gegenstände. Dann könnten wir diesen Gegenständen wunderbar Eis machen. Wir müssen nur finden. Okay, können wir nicht. Alles klar. Können wir nicht. Dann machen wir aufs Schneeflöckchen hier erst mal. Gleich noch einmal. Gegenstand. Dann können wir sie gleich einfangen. Nochmal. War klar. Scheiß Kitzeln von Sandy, ey. Au. Schmeck mich doch nicht gleich weg, ey. So, fang mal ein. Sehr schön. Ein Schneeflöckchen haben wir. Das heißt, wir können eine Shiva haben. Der ist weg. Nee, doch nicht. Jetzt aber. Alter. Jetzt raste doch nicht so aus, du. Wir haben aber auch alle harte Attacken drauf, du. Diese kleinen Scheißer. Erstmal wieder zusammenstapeln. So. Wir sind wieder da. Gegenstände. Super Trank. Auflohn. Ja. Fertigkeit. So. Ich will jetzt was sehen. Die trifft immer noch besser als alle anderen. Den rotten wir mal ganz schnell aus. Ah. Was? Ja. Ich sag da nicht zu, dass es sich verändert hat. Ich sag da nix zu. Angriff. Auf eine dieser Sylphen, die immer so blöd heilen. Blöden Heilungshilfen. So. Gegenstand. Ballonhalter. Gehen ja hier die ganze Zeit nur auf Lorn. Andere kriegt ja gar nix mehr mit. Also die gehen wirklich nur auf Lorn. Gegenstand. Super Trank. Lorn. Jetzt hör doch mal auf, Mensch. Gott. Lass den Scheiß doch mal. Was ist denn los mit dir? Blödes Mistding. Lass den Scheiß doch mal auf. Das hilft ja langsam. Naja. Von mir aus töte alles. Töte einfach alles, was du findest. Ist scheißegal. Töte es. Ah. Anstrengend gerade. Gegenstand. Phönixfeder. Naja. Wir schlafen alle. Stapeln. Stapeln. Ach ja. So darf ich jetzt auch. Ich möchte. Ich komme überhaupt nicht dazu, irgendetwas zu machen. Ich mache jetzt hier Mega Mirage und suche jetzt Cerberot. Ich habe keine Lust mehr. Oh. Meine Güte du. Ständig brichst du auseinander, weil es Handy Kitzeln einsetzt. Da hilft nichts. Oh. Bläh. Was für ein Scheißvieh. Naja. Jetzt kannst du so viel schlagen und kitzeln und ankacken, wie du willst. Interessiert jetzt gar keinen mehr. Fertigkeit. Machen wir jetzt mal Schneesturm. Machen wir gleich nochmal Schneesturm. Oh Mensch. Dieses blöde Einschlafen. Schneesturm. Weg. Das Gute ist. Sandy ist es aber auch gleich. So wer ist dran? Wer ist denn dran? Achso wir. Warte. Gegenstand. Irgendwas um die Ball. Um jetzt alles einfach weg zu auen. Erdmagnet. Erdmagnet. Feuermagnet. Hier. Wassermagnet. So. So. Jetzt sind die schon mal weg. Das war mir jetzt wichtig. Gegenstand. Phönixfeder. Das war mir jetzt wichtig gewesen. So rauf da. Huioioioi. 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 Was ne blöde Finsterklub. Die ziehen aber auch Damage. Nein warte. Fähigkeit. Feuer. So. Meine Güte. Das war ein Kampf. Huioioioi. Naja 100.000 ist gut zum leveln. Alles gut zum leveln. Ein kleine süße Eisfee mit einer Vorliebe für Eismaggie und kalten Klima. Auf den ersten Blick könnte man sie für einen Schneemann halten. Schon ja. Yay. Damit haben wir Shiva. Beziehungsweise können wir uns eine Shiva machen. Standardnamen verwenden. Da bin ich mir sicher. Können wir mitnehmen? Eigentlich können wir mitnehmen oder? Lassen wir den Navi da. Quacho. Quacho lassen wir dafür da. So. Dann haben wir Schneeflöckchen dabei. Können wir uns eine Shiva machen. So. Erstmal wieder zurück. Die Leidenschaft. Achso. Stimmt. Wir haben. Schneeflöckchen war jetzt weiblich. Alles klar. Schön. Das Tor verwenden. Wir fliegen natürlich noch ein bisschen mit dem Luftschiff rum. So. Wo waren wir noch nicht gewesen? 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 Haben wir alle Finsterkluften jetzt hier erledigt? Dahinten versteckt sich doch noch eine im Berg. Haha, gefunden, du Schlingel. Du kleiner Schlingel, Alter, voll erwischt. Ich vermute mal, dass dieser Zappel-Aar da, der hier, dass der zu Rammut wird, oder? Nee, oder? Wäre der zu Rammut? Ich weiß es echt nicht. Weil das sieht mir jetzt gerade sehr stark danach aus. Vielleicht sollten wir doch mal so einen einfangen. Vielleicht sollten wir doch mal so einen einfangen. Ist das See? Aber wird Seeungeheuer dazu? Ich habe keine Ahnung. Bam, weg. Nein? Okay. Zu viel gewollt. Äh, Analyse. Wir fangen mal sicherheitshalber so einen nochmal ein. Ich bin mir echt nicht sicher. Erwende Wasserattacken. Nee, oder? Ich... So irgendwas coolen muss da ja werden. Schlaf kannst du dann gleich alles knicken. Okay, Wasser. Wasser können wir wieder ganz gut verwenden mit Wassermaganit. Wenn wir so einen noch haben. Wasser, Erdfeuer, Wasser. Sieben Stück, okay. Bam. Machen wir auch gleich noch einmal. Dann können wir den nämlich einfangen. Bam. So, jetzt können wir die einfangen. Das ist gut. Den können wir auch erstmal erledigen. Warte. Fertigkeit. Folger. Ist Schneeflöckchen auch weg? Dann gibt es wenigstens keine Schneeflockenattacke mehr. Und den fangen wir ein. Sehr schön. Wobei ich echt nicht weiß, zu wen der wäre. Der wäre doch nicht zu Baramu. Oder Ramu. Oder wie auch immer der heißt. Er ist auch ein Blitztyp, Ramu. Hm. Ich habe keine Ahnung. Aber er musste irgendetwas Besonderem werden. Oder? Ich weiß es nicht. Heiltränke. Die Dias Seeung verfügt über verheerende Wasserattacken. Wobei vor allem sein Tsunami gewaltig ist. Es ist so ein hervorragender Schwimmer, dass es sogar an Land schwimmen kann. Ja. Aquarga. Gewitter. Wasserverstärkung. Schön. Standardnamen verwenden. Ich bringe mir sicher. Den nehmen wir auch erstmal mit. Mitnehmen. Äh. Ja. Für den roten Drachen. Den will sowieso auch keiner haben. Den roten Drachen. Haben wir erstmal ein verstecktes Ding gefunden da hinten. So. Zurück. Durchlaufen. Miragebord. Oder wird Fünktchen. Ne. Fünktchen wird doch zu. Ich habe keine Ahnung. Ups. Entschuldigung. Stufe 15. Hat er erreicht. Wir arbeiten mal. Da hin. Zack. Sehr geil. Oh süß. Zurück. Hier rein. Eisra. Gemach. Oh. Gemach ist eigentlich auch immer gut. Fragezeichen. Fragezeichen. Müssen wir mal hingucken. Vielleicht kommen wir da hin. Na gut. Noch nicht. Schade. Können wir da was machen? Ausweichen. Ungestapelt. Präzision. Eigentlich auch nichts. Präzision machen wir dafür mal. Ah ja. Freies Feld. Könnten wir uns auch hinbewegen. Du. Irgendwas. Irgendwas spezielles. Tolles. Aufregendes. Magie. Eigentlich TP plus ist ganz gut. Da haben wir ein bisschen mehr Leben. Cerberus können wir ja auch nur Stärke geben und sowas. Erstschlag. Volltreffer. Können wir hier eigentlich noch irgendwas? Nö. Heulender Mond. Was haben wir hier? Oh. Oh. Miragestein. Hast. Oh. Den muss ich haben. Den will ich haben. Hast ist immer gut. So. Das wollte ich jetzt aber gar nicht. Ich wollte zu Fünktchen. Okay. Der wird eindeutig Rahamut. Ich weiß nicht. Blitz. Stufe 15. Kriegen wir locker hin. Zack. Hey. Den kennen wir. Blitzbub. So. Blitzbub. Magie. CP. Blitztrans. Nein. Nope. Keine Erinnerung. Nichts. Hier wartet. Lautness Erinnerung. Zack. Rahamut. Sehr geil. Was zur Hölle ist das denn? Ramju? Ramju? Warum Ramju? Was? Ramju? Wer zur Hölle ist Ramju? Wer bist du? Wer bist du? Und was willst du von mir? Mein Gut. Das beantwortet nicht meine Frage. Was du bist. Und wo du herkommst. Wer bist denn du jetzt? Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber ich will mich nicht beschweren. Nicht beschweren. Aber Ifrit denn zufällig auch? Dass wir die dritte Form. Also die Form da oben. Zufällig haben? Erinnerung. Erinnerung Ifrit? Frifri? Ne. Da haben wir leider keine Erinnerung. Schade. Wo haben wir denn die Erinnerung von dem her? Okay. Egal. Wir gucken natürlich erstmal weiter nach coolen Dingen da draußen. Mit unserem fabulösen Luftschiff. Okay. 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 Ah. Oh. Wir kommen die Ketten nicht hoch. Das ist gemein. Was wurde glaube ich auch gesagt. Können wir hier auch Orte entdecken. Wo wir noch nie waren. Wo du so nicht hinkommst. Oder können wir wirklich nur Orte anfliegen. Wo wir denn schon waren. Weitere Finsterkluften sehe ich leider jetzt nicht mehr. Zum Beispiel das hier. Was ist das? Ah. Jetzt sehe ich. Das ist die ganze Anfangsburg. Burg Cornelia. Nennen wir es mal. Keine Finsterkluft. Nichts mehr. Nichts mehr. Da haben wir die Bibliothekstadt. Da unten haben wir dies. Nichts, ne? Bamm. Abgestürzt. Okay. Da unten ist leider auch überhaupt nichts mehr wohl. Schade. Oh. Ich dachte jetzt kriegen wir noch ein paar Finsterkluften. und so. Meno. Oh. Warte. Wir können. Komm. Da kann man doch runter gucken oder nicht. Ne. Schade. Wie das sein können. Okay.